Bordeli! Bordeli! Ah, jetzt brät das Fleisch! Jetzt braten wir das Fleisch! Oh Gott! Okay... Irgendwas... Okay... Oh nein, wie süß! Oh mein Gott! Der hat eine Eierschale auf dem Kopf oder irgendwas! Oh nein, wie süß! Oh nein! Oh Gott, der frisst das jetzt! Uuuuh! Oh, jetzt kannst du da oben rein! Nein, wie goldig einfach nur! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Süß! Aber nicht mich essen! Oh! Dino-Jong! Uuuuh! Ne Dino-Welt! Oh mein Gott! Das wird hart! Nicht wegen dem Level-Winning-Cute-Attacken! Ja! Oh, Dino-Welt! Ich geh jetzt schon auf einen Dinosaurier! Ich geh jetzt schon auf einen Dinosaurier! Ich erwarte Schlimmes! Ausstopf! Ich kann es bewegen! Oh, du kannst dir den Kopf hoch tun! Ich bin übrigens ein Kreisel! Oh nein, wie süß! Oh Gott! Ist da unten was, bevor ich hier hoch bin? Was bist du denn? Oh! Ein Flugsaurier! Nein! Süß! Ich glaub du kannst da rechts rein, oder? Nee, glaub ich nicht! Also, es sieht nicht so aus! So, Dino! Nochmal! So, Flug Dino! Komm her! Ah, verdammt! Wenn noch süßere von euch kommen, wird hier jemand sterben! Ja! Ich will einen T-Rex haben! Einen T-Rex? Ja! Ist bestimmt der Endgegner oder so! Oder ein Velociraptor! Oh nein! Oh nein! Süß! Oh mein Gott! und da trägt sich das Wasser! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Die Augen! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Ich muss mich gleich muten! Wir sterben hier echt gerade so schnell und da! Süß! Oh ne Piene! Oh nein, die sind hier echt bis jetzt am goldigsten. Oh! Oh nein! Oh mein Gott! Es geht noch! Es geht noch süß! Oh mein Gott! Ich werd die Folge so schneiden, dass diese Folge die Cuteness Attacke heißt. Oh, ein rosa Blum, Tino! Aua! Oh nein, überall süße Tinos! Oh mein Gott! Und in blau! Oh mein Gott! Und er geht unter! Und er kommt wieder hoch! Oh nein, wie süß! Oh, ich schreck mich nicht mehr! Wie goldig ist das besser! Fuck it! Yay! Oh nein! Die sind echt am goldigsten da, der blaue! Oh Gott, sind die süß! Und die Augen, und wie die aussehen! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Du hast ja noch nix vom Lerre gesehen, nur die Dinos! Ja! Ich hab nur Dinos gesehen! Oh nein, wie süß! Zum Glück ist der nicht so süß! Ne, ist aus wie Tricky! Schlechte Erinnerung! Wo wir auch noch durch müssen! Oh! Durch die schlechten Erinnerungen! Hm? Durch die schlechten Erinnerungen müssen wir auch noch durch! Ja! Was denn das da unten? Ein Kribbel Waddle Dee? Oder was soll das sein? Oh! Oh, ein Laser Waddle Dee! Nein, das sind diese, kennst du die aus Dreamland, die so die Sternchen verschießen? Ja! Ja, kenn ich! Oh, wie süß, was der mit seinen Haaren macht! Oh mein Gott! Oh, was immer das sein soll! Oh! Hast du es gesehen, was der mit seinen Haaren... Ja, ich hab's gesehen! Ich reagier nicht so extrem wie du darauf! Das ist so goldig! Und warum stecken die eigentlich in den Bäumen fest? Oh, der ist böse! Oh, jeder guck! Coz! Bravo! Ah, ich möchte... ...handsachen wir so. Dann halt so! So... ...die besten... Lass den schlafen! Nein, ich wollte es nicht! Nein! Hallo, Amen-Programm! Ein Dingsmolchteil oder Lurchteil oder was auch immer. Was ist das hier? Ist das Wasser? Ich weiß es gar nicht. Es sieht aus wie Wasser irgendwie. Aber du schwimmst ja nicht. So. Das Ding krabbelt. Kann ich mich irgendwie an dir feststellen? Ich glaube, du kannst so kaputt die machen, oder? Das ist mir ein Böse. Oh mein Gott. Ich habe ihm nichts getan. Da ist es toll. Das wird seine Hand machen. Oder auch jetzt was. Ich glaube, immer wenn mich jemand in Skype anschreibt, ist es ein Lag. Das ist meine Lieblingswelt bis jetzt. Ja, ich glaube auch. Schessi wird nachher bis dahin spielen. Nur damit sie die Dinos haben. Ja. Schnecke, hau nicht ab. Oh, sie hat mich eingekollert. Oh mein. Nein, die Welt mag ich. Die ist süß. Ich komme da wieder hoch. Ich komme da gar nicht hoch. Da oben ist doch was. Ich möchte da. Sternchen. Ach, verdammt. Ach. Scheiß. Ey, Waddle Dee. So. Hey Schnecke. Na. Giste. Komm ich rechts irgendwo hin? Dran. Du meinst links, oder? Ne, rechts. So. Da unten so unter mir. Hoffe ich. Schau mal. Ich komme ja wieder hoch. So. Tada. Oh. Schastkist. Tada. Dino-Jummel. Habe ich schon noch eine 3? Die CD ist nämlich immer das letzte. Habe ich mittlerweile gecheckt. Lampe gekriegt, oder? Ne, ne. Fackel. Fackel. Ja. Und das war's, oder? Und irgendwas vergessen. Irgendwas vergessen wir. Da kommt ein Riesendino. Ich sehe es schon. Ich wollte da gar nicht rein. Ich will da nicht rein. Oh, geil, wie das aussieht. Wie so eine Gardine. Ja, soll ja auch Gardinen sein. Das ist alles. Falls es das noch nicht aufgefallen ist. Das versteht gerade alles aus Gardine. Mann. Aus Gardine wollte ich sagen. Nicht aus Stoff. Aus Gardine ist das ganze Level. Das ist das noch nicht aufgefallen. Nein, natürlich nicht. Weil du auf die Dinos achtest. Diese ganzen blauen Dinger. Das waren auch alles Gardinen. Hä? Was sind blaue Dinger? Die ich mal aufgemacht habe. Wo ich dachte, das wäre Wasser. Das sind Gardinen gewesen. Ja, ja. Das habe ich gesehen. Ach, ich bin Dino. Ich traue mich gar nicht weiterzugehen. Das ist bestimmt ein T-Rex. Ja, Mann. Das ist ein T-Rex. Mit einem Pferd. Oh nein, wie süß. Oh mein Gott, der hat einen Spaß. Und da unten ist auch noch was. Oh Gott. Oh, ich habe mir so ein T-Rex gewünscht. Jetzt kommen gleich zwei. Oh mein Gott. Mit einem kleinen Stommelärmchen. Oh mein Gott. 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 Was macht denn hier? Ein Ei. Kommt an Mini-Dino raus. Oh bitte. Das ist ein Dino-Ei. Da muss ein Mini-Dino raus. Dino-Rutsche. Dino-Rutsche. Süß. Hat den Buckel runterrutschen. Kinder den Buckel runterrutschen. Jetzt hast du alles auf jeden Fall. So funny. So. Yay. Hello, 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 hello. Kann ich rutschen? Nein. Ich wollte ihn mit dem Buckel runterrutschen. Und schon fertig. Oh Mann. Gott sei Dank, kann ich da nur sagen. Das war toll. Wow, wow. Du hast es geschafft. Wuhu. Mann. Ich glaube, damit habe ich eins der schlimmsten Level hinter mir. Vielleicht kommen noch schlimmere. Was ist das denn? Eine Runzelrübe. Ach, ach. Eine Runzel. Ich lache, wenn es wirklich eine ist. Wenn es eine Rübe ist, würde es schon reichen. Pepperoni. Fast. Fast. Oh mein Gott. Jetzt muss nur noch ein Level kommen mit Delfinen oder so. Oder Walen. Das wäre natürlich das Optimum. Jetzt kommt erst mal der Endboss, glaube ich, schon. Was tut das? Ein Vulkan. Der das ist. Der bricht jetzt aus und öffnet mir die Tür. Yo, 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 yo. Nein, wie geil. Wow. Liebe. Hier hast du aber... Flanellphönix. Oh Gott. Ja, Phönix sind cool. Hier hast du jetzt aber alle Welten gemacht, oder? Äh... Ich glaube nicht. Moment. Ah, ne, da gibt's noch welche. Genau. Aber das ist jetzt nur eine. In der anderen Welt hab ich wenigstens... Obwohl, der unten ist doch bestimmt... Ne, der ist nicht. Da oben ist auch noch eine. Ja, hier fehlen auch ein paar. Okay. Irgendwie... Ach, das ist bestimmt mit dem Minispiel. 100%. Oh, ist der schön. Oh, der ist ja toll. Oh, ich mag das Level. Also die gesamte Welt irgendwie. Oh, Bordeldi. Nicht opfern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was schießt. Bordeldi. Warum müssen die mir sowas zeigen, hä? Warum müssen die mir sowas zeigen? Was war der Sinn dahinter? Du hast meinen Freund getötet. Oh Gott. Ich hab einen Papagei getötet. Was auch immer alles war. Was tut er? Ich weiß nicht. Irgendwie musst du deine Federn ausmachen. Das sind Vögel. Oh nein. Was war's? Ja, und was muss ich jetzt gegen dich machen? Du wirfst doch jetzt nicht nur Papageien, oder? Irgendwie checke ich... Ach, Moment. Ich glaube, ich hab's verstanden. Oh, wieso hat's denn jetzt geklappt? Oh, süß. Puff. Wie er abgeht. Nein, wie geil. Oh, geil. Huch. Das war gemein. Huch. Au. Wie gemein das ist. Das ist mein Leben, du hast recht. Oha, was tut er? Oha. Oho. Oh, er kommt von rechts. Er kommt von links. Äh, nee. Ich hab grad die Richtung getauscht. Rechts, links, Schwäche, FTW. Oh. Ich möchte ge... Nein, überhaupt nicht übertrieben. Ach, du Scheiße. Uff. Du bist nackig. Wie der aussieht so geil. Wer irgendwie gegen die Wand klatscht, find ich viel geiler. Ja. Statt am. Stell dir dich auf. Ja. Geh weg. Wieso kommst du immer da, wo ich Sachen sammeln will? Geh weg. Oho. 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 Der geht voller Biss von mir, kommt von rechts. Ahah. Witzig, verarschen. Was? Kinderspiel. Ich sag's nur noch mal. Der Bosskampf ist episch. Oh. Oh. Ja, ist gut. Hau ab. Zieh ich dahin. Bleib da oben. Ja, könntest du mal wieder seine Pflegeien werfen, bitte? Ja, könntest du mal bitte? Das ist der letzte Schlag, den ich ausführen muss. Boah, jetzt geht er aber ab hier. Oh. Möcht' ihn wieder haben. Jetzt aber. Nein, Vogel. Arschloch, Vogel. Huch, ich kann die Linger tragen, während ich Auto bin. Nein. Oh. Aber es ist noch da. Und. Zock, bang. Stirb. Ha 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 ha. Ha ha ha. Das sieht so geil aus. Flump. Ha ha ha. Voll gegen die Wand. Ach, der arme Vogel. Heilgott. Wow. Süß. Wenn das Dino-Level war am schönsten. Ich bin gespannt, was uns noch toppen kann. Ja. Flanellphönix. Sanduhr. Ach, jetzt kann ich das Sanduhr nochmal machen. Ah, okay. Ah, wenn ich die Goldmedaille irgendwo kriege, kriege ich extra Level. Also habe ich irgendwo die Goldmedaille nicht gekriegt in einem Level. Wir haben ein weiteres Stück des magischen Gams gefunden. Ach, das ist das System. Okay. Das magische Garm schimmerte und band sich spiralförmig bis in den Himmel hinauf. Nächstes Stück Pizza. Yum, yum, yum. Ein dunkles Stück. Schwie. Ein Kuchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Süßigkeiten Welt. Dreamland. Wow, Dreamland. Cool. Was geht ab? DDD. What it is? Nein, oder? Äh, hey. Seltsam. Hahahaha. Hahahaha. Dieser Woggle-Ding. Weihnachtlichkeit, eine von Grimm-Garns Kreaturen. Ne, die, ihr. Strick-Ding. Bald werde ich ganz Dreamland um meine Strick-Nadeln gewickelt haben. Wie hatte Grimm-Garn. Was fädelt ihr da nur ein? Was fädelt er da? Oh. 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 Der Schenkel-Klopper schlechthin. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn.